Mein Ziel ist Miss Germany zu werden, die Leute mit meiner Persönlichkeit erreichen. Noch bin ich nicht nervös, das wird dann erst so ein paar Minuten direkt vor der Show sein. Ich möchte einfach wissen, wer Miss Germany wird. Wir freuen uns auf Deutschlands schönste Frau. Ich freue mich auf einen fantastischen Abend mit einer tollen Show. Ich freue mich natürlich auf die Verkündung der einzigen, the one and only Miss Germany. Jetzt gilt es, alles zeigen, alle überzeugen, alles geben. Es ist nämlich die Startnummer 17, Miss Nordrhein-Westfalen, Vivian Kroker. Wie ehrlich bin ich, kann das noch gar nicht so wirklich realisieren. Miss Germany zu sein, das ist so ein schönes Gefühl, also das ist der Wahnsinn. Bis früh. Das war's Lief. Wir神. conscience. Wir leben.